Hallo und zurück zu dem zweiten Part von Eden Eternal, ich pflanze mich hier gerade hin, habe ich auch gesehen, wieder zusammen mit Jaricho und ja, wir waren letzte Folge dabei von dem Andreas hier, diese Quest anzunehmen, wo man diese coolen Reitviecher bekommt, oder was auch, ne Quatsch, Reitviecher, diese coolen, was sind das, Sammelpads, keine Ahnung, ja und auf jeden Fall müssen wir dazu wieder zu Alec rennen, machen wir das doch direkt mal. Kleinen Moment, ich muss kurz mal, ach ne, das ist Stoffrüstung, das kann ich nicht gebrauchen, ich wollte mal kurz meine Ausrüstung, ja, ich bin anwesend, also auf dem Weg. Ich habe übrigens gerade herausgefunden, dass sich meine Stimme sehr dumpf oder tief anhört, tut mir leid, ich habe momentan billig Headset für 20 Euro mir gekauft, also vielleicht ändert sich das noch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ansonsten tut es mir leid, aber irgendwann wird es das ändern. Also bei mir hörst du dich super an. Oh mein Gott, wie viele Tiere man ja einfach wählen kann gerade, ne? Ja, aber ich verstehe ja gerade eigentlich, ich verstehe nicht, was der Unterschied ist, aber ich will so ein Vögelchen, das passt zu mir. Ja, ich eigentlich auch. Ich habe mir jetzt das Vögelchen geschickt. Gibt es da Unterschiede? Ich glaube nicht. Doch. Ich habe das Gefühl, die können auch angreifen. Äh, was kann sein? Also die Katze und der magische Hund verursachen Feuerschaden. Hm. Der Kampfhund, der Hase und der Vogel verursachen normalen Schaden, glaube ich. Aber ich will den Vogel haben, der Vogel ist cool. Ich habe auch den Vogel genommen, der schwirrt schon hier bei mir. Ah, da hätte ich jetzt vielleicht was anderes, na gut, egal. Ja, ist wahrscheinlich egal. Okay, aber Magiegefäß, also das hier sind so coole Viecher, ähm, seht ihr jetzt, ähm, wird zum Herbeirufen eines Monsters verwendet. Also wenn ich da jetzt einen Rechtsklick drauf mache, da steht hier so ein dickes Vieh vor mir, was ich erstmal wegsmashen kann. Wo ich allerdings gerade drinstehe, was mir aufzufallen ist. Nicht so toll. Ich schaff dir mal, ne? Nein, das ist meins. Ich schaff das alleine. Ähm. Erfolg. Ich habe gerade, irgendwie, wo ist mein Tier? Wie kann ich mein Tier rufen? Ähm, du gehst unten auf dieses Tierzeichen, Haustier, ne? Ja, ja. Also als erstes musst du es, äh, entpacken sozusagen, ne? Ja, ja, hab ich ja. Es fliegt hier vorne rum. Ja, genau, da steht hier Rasten, also rechts steht unten einmal Beten und, äh, Schlacht. Mhm. Dann geht's auf Schlacht. Ah, okay, und dann hoch? Erscheint es. Ah, okay. Das hat bei mir nur voll die komischen Buchstaben als Namen. Ja, bei mir auch. Äh. Ja, sehr schön. Achso, wir müssen jetzt Magieschleim von Regenbogenquallen besorgen. Ja, okay, machen wir das mal. Ah, da brauche ich keine Autogute, den Weg kenne ich auch sehr nicht. Ah, toll. Echt? Ja, klar. Ach, die Anfangsqueste habe ich schon so oft gemacht hier. Ja, ich, für mich ist das ungefähr das dritte Mal, dass ich diese Quests mache. Was tut es? Was? Ach, keine Ahnung. Es war gerade ein bisschen behindert. Mal gucken, ob mein Flügelchen die Dinge auch erst sammelt. Oh Gott, das Rauschen wird wieder. Was? Wie? Wo wer? Ich rede. Okay, gut. Und das Rauschen kam wieder. Warum fliegt mein Vögelchen weg? Was soll der Scheiß? Komm zurück. Der darf damit durchhalten. Echt jetzt? Ja, klar. Das ist ein Sammelpad. Achso. Ja gut, dadurch, dass die jetzt auch angreifen können, wusste ich nicht, dass sie halt auch sammeln. Wie viele von der... Ach, wir haben doch schon alles. Ja, läuft. Wir sind voll schnell, wenn wir in der Gruppe sind. Wir machen immer viel zu viel. Ah ja, stimmt, weil das zählt ja für beide. Ja, ja. Oh Gott, das ist schon manchmal ein bisschen verwirrend. Hm. Oh, ich habe die Fähigkeit Hinterhalter halten. Aber ich weiß was... Ey. Ach nee, Quatsch, nicht erhalten, aber geupgradet. Konnte ich die jetzt upgraden. Aber was? Ich war zu... Bitte? Ich mache mal meine Option so auf niedrig, weil... Ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn es leckt und dann leckt es gar nicht. Und die Grafik in dem Spiel ist eigentlich sowieso voll unnötig. Ja. Du stehst in der Person drin, ich kann die nicht angreifen. Ja, von dem Otto hier können wir die auch direkt annehmen, ne? Ja, habe ich auch vor. Was hast du denn jetzt noch gemacht? Achso, du wolltest die... Ja, gut. Ja, machen wir Besiegerhochfelspildoide und die Spuren sammeln. Und dann können wir gleich die Kalkstein-Golems mittöten. Stimmt. Bam. Bam. Was ist los? Bam. Was ist da los? Oh, scheiße. Ich höre dich voll auf die Tastatur hämmern. Ah, schirp. Ich hämmer da gar nichts mehr drauf. Hä? Der Bogenschütze gefällt mir schon, ey. Der ist schon nice. Hast du einen Bogen? Ach, du hast ja einen Jäger, ne? Ja. Oh, ich habe die Fähigkeit Schleichen erlernt. Voll gut. Ich habe eine neue Fähigkeit. Beschwörung Tier. Hahaha. Oh, nein. Beschwörung Tier. Was ist los, hä? Ja, Mann! Mein Gott, wie cool. Ich habe den Selbstzartiger. Haha. Alter. Ah, ist ein bisschen neidisch. Ja, was ist los? Dafür könnte ich mich unsichtbar machen, man. Ja, das bringt dir aber nicht viel. Wohl. Ich kann auch nur kein durch diese ganzen 100.000, äh, Agro-Viecher durchlaufen. Beauftrag deinen Begleiter in Zedern zu greifen. So, greif es an. Und BÄM! Oh, ich muss nur aufpassen, dass mein Tigerchen nicht stirbt. Hahaha. Ach, ich brauche die schon. Ähm. Ich muss jetzt die Kalkstein-Golems töten. Ja, nicht mehr. Ich habe den auch super viel. Also, ich brauche die ja nur noch. Einen. Ich brauche nur diese Sporen. Ja, die brauche ich auch noch. Ach so, Kalkstein-Golem haben wir jetzt auch. Okay. Einen Sporen, die da sind Lockheilis, hey. Los, sammle einen. Oh. Ja gut, da haben wir jetzt auch schon alles. Echt jetzt? Sieht's aus, ja. Ja, jetzt brauchen wir noch die Regenbogenquallen noch, dann... Nee, über... Nee, wir brauchen noch eine Spore. Echt? Ja, guck doch, steht da noch eine. Nein, ich habe beide. Ach so, ja, ich habe jetzt auch beide. Das kam bei mir nicht mehr. Okay, gehen wir dann noch zu den Quallen? Ja, genau. Dann können wir direkt alles auf einmal abgeben. Ja. Aber wir können ja jetzt so zwei, drei Parts aufnehmen, dann erklärst du mir das erstmal, wie man die überhaupt hochlädt. In Ordnung. Das ist eigentlich total easy. Naja. Los, Fie, greif an. Bam. Bam. Boah, ich mache so ultra krassen Schaden, das wundert mich voll, ey. Ja. Haben wir auch schon fertig, ne? Hä? Nein, ich nicht. Oh, ich schon. Wie kann es sein, dass ich die fertig habe, aber du nicht? Ich habe keine Ahnung. Das geht eigentlich nicht. Wir brauchen doch diesen Magie-Schleim, oder nicht? Ja. Ja, ich habe davon noch keinen einzigen. Ich habe beide. Mann, ey. Genauigkeit ist als Bogenschütze schon sehr hilfreich. Ach, komm schon, Mann, ich brauche noch eins von diesen, ach nee, ahaha, brauche ich gar nicht. Autsch. Wie das aussieht, ey. Hauptsache ich renne hier rum, dann mein Tiger, dann mein Vögelchen, ey. Ich bin ein Mann-Armee. Voll gut. Okay. Hauptsache wir sind im zweiten Part und ich bin Level 7. Ja. Ja, läuft bei uns. Ach ja, das ist Genauigkeit und Ausweichen, oder? Kommt das hin? Du bräuchtest Ausweichen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dass der Betriger getroffen wird. Der hat noch und klar? Ja, aber nur abzugeben. Okay, ähm, ja. Volta-voltaisches Herz, oder sowas? In der Art? Ach, rede, rede, rede. Was? Warum? Das Rauschen. Achso. Das Rauschen ist wieder da. Nein. Was? Mein Tier ist fast verschwunden. Also ich habe es aus Versehen wegbeschwört. B. Oh, awesome. Was ist das denn jetzt? Was? Wilder Wille. Hä? Das ist ein Buff. Oh, cool. Er hört 30 Sekunden lang den Crit-Rat um 21 Punkte. Bam! Ah, okay. Na, nee, einen brauchen wir noch. Naja, fertig. Was? Ah, ja, genau. Halt, 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 nein. Wir rushen hier durch. Wie geht nicht mehr, ey? Ja, echt? Wie, wie das aussieht, wie das aussieht, wenn ein Tier läuft. Das sieht von hinten total lustig aus. Das sieht von vorne lustig aus. Ah, ich muss mir was aussuchen, ne? Das Orakel erklärt die Herkunft des Kristalles und beruhigte so die Gemüter der Wächter. Sie mussten Leute nach Eden führen, die neugeborenen Kinder des Kristalles können noch nicht mit einer Pflicht belegt werden. Keine Ahnung, steht bei mir nur ein N. Ja. Sie müssen die Fähigkeiten vervollkommenen, um für die letzte Mission bereit zu sein, denke ich mal. Ja, denke ich auch. Oh, nächste Quest bekomme ich einen neuen Bogen mit Kev quatschen. Okay, auf zu Kev. Let's play mit Kev. Auf zu Kev. Ja, genau. Kev. Ich habe das leider gar nicht mehr weiter geguckt. Also ich habe noch mitbekommen, wie Stadt Pink gegründet wurde und wie die da irgendwie Bäume gepflanzt haben, aber mehr habe ich nicht mehr mitbekommen. Echt jetzt? Warum bist du stehen geblieben? Ja, weil hier tägliche Quests sind. Ah, halt, stopp. Dann müssen wir einmal nämlich diese Viecherz hier töten. Die Großhornbisern. Okay, kann losgehen. Na, ich habe schon einen besiegt. Ach. Du doof. Ey, das waren meine. Das sind eh unsere. Bam. Jupp, zupp, zupp, zah, bam. Das coole ist, ich kann die Viecher für sechs Sekunden lang stunnen. Das ist richtig hilfreich, ey, ohne Scheiß. Was für ein Ding? Ich kann die für sechs Sekunden lang stunnen. Also festhalten. Achso. Ja, cool. Das ist richtig, richtig hilfreich, ey. Ähm, das war es noch eigentlich, oder? Ne, wir brauchen noch rohe Edelsteine von geformten Kalksteinen. Das ist so. Aber ich will als erstes mal den Mini-Boss von Dickel. Ach, geht das, geht das, geht das. Was, 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 ich bin da. Ja, hallo. Eins, zwei, eins, zwei Hundhütte. Das ist, glaube ich, wenn du zu lange die Schnauze hältst. Wenn ich zu lange die Schnauze halte. Hau den Mini-Boss. Ah, nein, der tötet mein Tiger. Er darf mein Tiger töten. Er tötet ihn nicht. Ja, Mann. Bäm. Warte, ich habe eine Quest bekommen. Ja, ich auch. Ja, ja. Ähm. Ja, gut, einen haben wir. Los, weiter. Bäm. Und, nächster. Hast du recht, auch so ein Ding, was du einsammeln kannst? Dass ich einsammeln kann? Rechts, rechts an deiner Rand, unter der Map ist so ein Ausrufezeichen. Ja, habe ich gerade gemacht. Das war eine neue Quest, oder? Ja. Okay, wir sind fertig. Gut. Nee, gar nicht wahr, ich brauche noch eins. Ach, Mann. Ja, ich bin. Jetzt bricht Meister Lampe. Fuck Gruppe Mist, ey. Scheiß Asiaten Namen Wirrwafickerei. Ja, die geben nur 750 EP, aber immerhin etwas. Ja, ist besser als gar nichts. Und ich kann wieder upgraden. Boah, ich kann richtig viel upgraden, ey. Ich bin schon seit drei Level nicht upgradet. Ja, ich habe das auch gerade gemerkt. Wir steigen einfach zu schnell auf, wir merken gar nicht, wie das passiert. Das ist echt, ey, das ist richtig übel. Okay, nice. Ähm, kleinen Moment, ich gebe kurz hier... Ich habe alles geupgradet. Okay, war es das? Ja, ähm... Auf zu Kev. Weil Heiliger Kristall ist für Level 15, glaube ich, oder für Level 10. Oder anspricht mit Seelenwächter, da geht es halt in die Indie, aber die kann man noch nicht machen. Also, zu Kev. Genau. Alles klar. Edelsteinkristall. Ah, kleinen Moment, wir können, glaube ich, diesen Kristall wieder... Ne, Quatsch, können wir noch gar nicht erst mit Level 10, ne? Ja. Ich habe einen neuen Bogen. Oh, ist das nice. Ich kann dir rein theoretisch mein zweites Schwert geben. Mein zweites Kristallschwert. Oh yeah, das wäre cool. Eben, äh, zwei Schwärze direkt haben. Oh, geil, mal oben sieht Hammer aus. Aber nach der Aufnahme, also nach der Aufnahme-Session, zeige ich dir mal die Dolche, die ich bekommen habe, Alter. Boah, die sind so krasser Scheiß, ey. Der Typ war so ultra geil, ey. Ich schenke dir mit dir einfach. Ja, zum Anreiz, damit du weiterspielst. Ich so, okay, danke. Komm mal da raus, sonst kann ich nicht mit dir handeln. Ja, warte kurz, ich möchte nur eben... Ja, gut. Ja, weg, weg, weg. Ach, du musst Level 10 sein, um handeln zu können. Ja, ist egal. Ah, fuck. Die paar Level da, ey. Okay, komm, wir sind fast... Das ist doch fast. Ja. Ja, was müssen wir jetzt machen? Ähm, bis Kev ist, ich brauche mal irgendwie... Geht schon in, äh, zu Hügel der Stille müssen wir jetzt. Äh. Hügel der Stille? Ja. Folge mir. Okay, warte. Ah, halt, stopp, stopp, stopp. Ja, nicht auf Auto folgen hier, ich kenn dich. Oh man. Ja, hast du verkackt bei mir. Hihi. Ich hab doch das Wort zu ihm geschafft. Irgendwie bleib ich ständig stehen, so alle zwei Meter. Ja, ja, das ist normal, wenn man auf Auto folgen hat. Das ist doch blöd. Okay, ich muss noch mal kurz in meinem Inventar... Ah nein, scheiße, du bist... Ja, du bist durch dieses dämliche Tor gegangen. Ich hab auch jede Menge Bögen. Ja, die bringen mir aber nix, weil meine Bögen besser sind. Äh. Okay, los, weiter. Oh, spinn ich mir im unbesiegbaren Zustand, verdammt. Ich war unbesiegbar. Oh yeah. So, 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 voll der Gallia so. Ah, okay, ja, ich verstehe. Ich weiß, wo wir sind. Erst mal zum Seelenwächter, oder? Hallo? Ja, genau, ja, ja. Tam, 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 tam. Erst mal zu, die Seele von die Wächter. Seele verbinden. Also. Waschlos. Ui. Ja, warum haben wir jetzt die Christi noch nicht fertig? Ähm. Sprich mit den Seelenwächtern, ja. Vielleicht müssen wir das einfach... Mehrmals. Jetzt hab ich sie fertig. Sprich mit junger Seelenwächter, wo ist der denn? Oh, anscheinend sehr weit weg. Nein, dann mach ich das noch nicht. Was quiekt da immer so? Ach, mein Handy. Ich hab's jetzt fertig. Du musst einfach auf die Quest drücken, dann quatschst du den Typen einfach automatisch an. Auf die Quest, sprich mit Seelenwächter. Ja, hab ich. Ja, dann rennst du hinten zu dem Vieh. Ja, hab ich gemacht. Hab ich ja schon längst. Ach so. Okay, hab ich jetzt auch fertig. Brauchen wir Noctiluca-Quallen? Ja, die sind da unten irgendwo. Machen wir die? Ja. Das sind so drei Balken um dich herum. Einmal dein Name, der von deinem Tiger und der von deinem Vogel. Sache, Michael. Ich hab mir heute übrigens die Battle Chests von WoW gekauft. Yeah. Und Michael halt auch, ne? Ja, so. Bist du schon am Installieren? Ich so, nein, ich bin in der Aufgabe. Ja, aber... Puh. Ja. Los, es stirbt. Wir sind schon fertig, ne? Was? Okay. Aber wir brauchen noch Einsiedler-Krabben. Ja. Muschel-Einsiedler-Krebse. Krieg-Krebse. Krebs. Ach ja, hier, äh, ich bin jetzt wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten mit dem Diebes-Dings hier auf 100 Prozent, aber ich kann nicht mit dem Level höher aufsteigen, als mein eigentliches Level ist. Das heißt, ich bleib' mit dem so lange auf Level 8, bis ich da hier, äh, auch mit dem anderen aufgestiegen bin. Wie fertig? Ach, jetzt ist da. Ja, zu zweit geht das alles ein bisschen flotter. Ja, ich merk' das grad, ich komm' jetzt so gar nichts. Ach, das macht aber nix. Aber es wird dunkel, merkst du? Äh. Komm, wir setzen uns zusammen an den Strand und genießen den Sonnenuntergang. Könnt' wir eigentlich wirklich machen, weil die Folge ist gleich vorbei. Komm, dann chillen wir uns grad da runter. Oh, nice. Und, äh, dann... ...beenden wir die zweite Folge für heute. Mir sag' ich mir immer noch so ein oder zwei Folgen auf und dann passt das schon. Ja. Wird nice. Also Level 10 will ich heute noch erreichen, damit ich dir das Schwert geben kann. Ja, ich glaub' schon, das ist schon Level 9. Naja, ich weiß. Okay, die Folge wär' jetzt eigentlich vorbei, aber wir chillen uns jetzt hier unten schön an den Strand. Ja. Ah, schön hinsetzen. Wie setzt man sich stehen hin? Achso, hier mit, äh... Ja, man kann sich aber hier im Wasser nicht hinsetzen irgendwie. Ich kann mich nicht hinsetzen. Dann gehen wir halt hier an den Strand. Ich, 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 ich kann nicht sitzen. Ach, scheiß drauf. Bleib mir stehen. Ich sitze. Du musst ja rechts klicken, ne? Trotzdem geht das bei mir nicht. Hm. Ich kann auch nicht winken oder jubeln. Ach, das ist von dem... auf dieses Klassen-Ding gegangen noch? Ich bin hinterher, Alter. Mein, mein Vogel, guck, der setzt sich jetzt hin. Ach, toll. Warte, äh... Ich will mich jetzt erst hinsetzen. Freierwähne ich die Folge nicht. So. Ah, sehr schön. Okay. Wir chillen hier ein bisschen am Strand. Mein Vieh... Das ist daneben. Mach den mal eben weg. Pass auf, was auf. Hey. Oh. Ja, super. Oh. Das ist jetzt da. Ich brauche uns. Danke. Steht der mir voll im Bild. Ja, aber ich kann mich deswegen nicht mehr hinsetzen. Ja, okay. Riecht mir mein Vieh ein bisschen am Puppen. Wah. Ja, passt gut. Okay, ähm... Dann sage ich einfach mal, äh, bis zum nächsten Part und tschüss. Tschüss.